Letztes Mal in Scarlet Nexus Oh, Spezialobjekt Zugwaggung, ernsthaft Alter? Wir können den scheiß Zug komplett auf die Gegner knallen! Und nun zurück zu den anderen Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Scarlet Nexus In einer beunruhigenden Flaute haben wir uns das letzte Mal hier ein wenig in den Tunneln der U-Bahn ausgetobt Und die Gegner mal glatt mit ganzen Zügen beworfen War schon ganz spaßig, die Geschichte Und ganz cool steht Yuito hier mit einem Bein auf den Gleisen Details, Freunde, Details Ja, ähm, wir waren sehr hellsehend hier unterwegs Das war auch nötig, äh, denn wir mussten unsichtbare Gegner sichtbar machen, unter anderem Und wir gehen natürlich in diesem Bereich jetzt hier weiter Und schauen mal, was an unserem Ziel auf uns wartet Ist das jetzt gut oder schlecht? Captain Seto! Oh, hi Naomi! Naomi, we got a request for reinforcements from Haruka What happened? Others have descended on point alpha The additional units scheduled to arrive were nowhere to be seen So acting commander Gemma ordered me to request reinforcements from Seto Platoon Okay, verstehe Three others attacking from 12 o'clock Will arrive in one minute Das hast du jetzt einfach so gespürt Respekt Alter Wo hast du die ganzen Informationen her? What? What do you mean? My power is pre-cognition It's true Captain, the others are gathering at point alpha And three are closing in on Seto Platoon's current position Okay Okay, ja, ich nehm das jetzt einfach mal so hin Wow Das kann man so stehen lassen Wow Das ist ne ziemlich beeindruckende Fähigkeit Magst du vielleicht dem Team beitreten? Das können wir auf jeden Fall nutzen Naomi, connect to SAS with me Team, it's time to clean up these others Take them down while we make our way to point alpha Okay Alles klar Ja, shit Komm schon Das hat aber reingehauen Ich hab nur noch ein leichtes Gelee Das ist, oh, ganz schlecht Wir hätten in dem Shop da drüben mal einkaufen sollen Zum Beginn der Episode, oder? Das wäre vielleicht ganz sinnvoll gewesen Komm, weich doch aus Komm Weg hier Weg hier Weg hier Sonst wird das doch nichts Okay So, ich glaub langsam könnte ich uns mal alle heilen So spendabel kann ich ruhig mal sein an der Stelle Er ist links von mir Okay Ja, frisst das da Ach, weg war er wieder So ne Scheiße Das ist jetzt eher schlecht Ja, ich glaub wir hätten einkaufen gehen sollen Normal bringt uns hier Eine von den Fähigkeiten was Nicht so richtig, ne Und da geh ich drauf Haha Okay Da war ich direkt Ähm Mal ein kleines bisschen Überfordert So zum Start der Episode Ich bin noch nicht so richtig wieder drin Aber wir kriegen das schon auf die Reihe Äh, auf jeden Fall Gehen wir jetzt erstmal hier shoppen Äh, ja Ich hätte gern Was hab ich denn an Kohle Reichlich Würde ich sagen Wir nehmen fünfmal leichtes Gelee Dann haben wir insgesamt Sechse Ähm Das Hält negative Status Effekte Brauch ich das nicht zwingend, oder? Ähm Neue Waffen Wird's auch eher so nicht geben Die wir sinnvoll irgendwie verwenden können Wollen wir Hier ein paar Hasenrohnen geben? Ne, oder? Ne Ich glaub die Moment Wir könnten die beiden noch Ich habe zwei Kraftfelder in Besitz Ähm Na wenn das so ist Ähm Dann kaufen wir uns Auf jeden Fall erstmal die Das Gelee Aber dann nehmen wir mal Neuen mit Wenn das so ist Das hätte ich gern Äh Was Wenn du Vor der endgültigen Bestätigung Was Achso Ja Kauf bestätigen Danke Wieso steht denn das Standardmäßig auf Nein Das habe ich jetzt nicht erwartet Ähm Aber in Dem Fall Quatsch Ähm Ich muss nur die richtige Taste finden Entschuldigung Ich bin noch ein bisschen raus Ich bin aber gleich Ich bin gleich wieder bei euch Ähm So Objekt Äh Was ist hier Unsichtbarer Tensor Ach das ist seine Waffe Okay ich verstehe schon Äh Gut Ähm Ist an sich erstmal In Ordnung Ach Mensch Lass uns das doch mal Alles hier Demarkieren Ähm Ausrüstung Ich habe den Quatsch Schon drin Wie sieht es denn aus Für Zugummi Zugummi Könnten wir doch noch Was spendieren Hier Wird Kraft hoch Oder verteilt Oh die Kraft steigt Aber mehr als die Verteidigung steigen würde Dann gibt es hier Kraft Und für ihn Vermutlich Auch Oder Ja Ach ich habe Nee Dann muss er Das Kraftfeld Kriegen Gut Habe ich hier Irgendwie was Vier Hätte ich Zur Verfügung Können wir uns Ja was schönes Rauslassen Indem du diese Fertigkeit lernst Kannst du die Maximale PK Anzeige um 50% Erhöhen Durch Erlernen Der zweiten Gleichnamigen Fertigkeit Wird die Anzeige um 100% Erhöht Ja Nehmen wir mal mit Warum denn nicht Und Dann probieren wir es jetzt nochmal Ich speichere den Stand jetzt aber trotzdem nochmal ab Dann haben wir das Dann brauchen wir zur Not nicht nochmal shoppen zu gehen Und dann geht es wieder Geht es nochmal von vorn los Gut okay das können wir jetzt überspringen Ja Gleich mal Die so schnell wie es geht rausnehmen Genau und Für den nutzen wir mal das Zeug hier Na wo bin ich denn Was ist mit der Kamera Alter Ich stelle mich aber heute irgendwie auch ganz schön Oh shit Blöde an Sehr gut So Wo haben wir jetzt nochmal ein schönes Objekt hier Ich kann sowieso gerade nichts machen Ist egal So jetzt müssen wir die Unsichtbarkeit erstmal wieder aufladen Ansonsten wird das alles nichts Gott Jetzt Gut 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 Okay Ach ich renne dem aber auch dauernd in diesen blöden Laserstrahl rein Ah wieso geht Ach ich wollte mich gerade heilen Wieso ist denn hier das falsche ausgewählt Äh Nochmal Ach shit Leute Gibt's doch nicht Aber das mit der Unsichtbarkeit dürfte eine brauchbare Strategie sein Das checken wir jetzt nochmal Alle guten Dinge sind drei oder Okay Komm 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 Komm. Na, steh auf. Komm, jetzt mach doch das Teil hier platt, damit Ruhe ist und jetzt kann der Dicke kommen von mir aus. Komm, 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 genau. Oh, das hat reingehauen. Das habe ich diesmal scheinbar echt gut hinbekommen und jetzt können wir einen Finisher auslösen. Ich sag doch, aller guten Dinge sind drei. Na, das war eine Show, oder? So, was haben wir denn hier? Born-Jan-Analyse mal zwei. Alles klar. Ja, jetzt geht es mir wieder gut. Jetzt bin ich wieder voll im Rennen hier. Ich brauche deine Hilfe. Hier geht's. Krieg mal hin. Und noch ein Finisher. Ja, na, so läuft das doch. Ja, ja, ist ja gut. Ich stehe ja schon auf und ich heile mich ja schon. Komm, die Hälsicht ist gleich vorbei. Wir müssen jetzt noch so viel wie möglich hier rausziehen. Aber jetzt können wir ihn erst mal sehen. Und noch ein Finisher. Jawoll. Haben wir auch gemacht. Sehr schön. Gut, jetzt haben wir hier aufgeräumt. Aber was genau bringt es uns? Das ist ja eine Sackgasse. Gehen wir hier irgendwo durch? Ne, unser Ziel ist wieder hier drüben. Okay. Na gut, dann gehen wir nach da. Dahinter hätten wir gar nicht gehen müssen. So, erstmal wieder hochheilen hier. Hier scheint die Luft erstmal rein zu sein. Auch wenn viele Objekte rumliegen, die man im Kampf verwenden könnte, was an sich ja erstmal verdächtig ist. Okay, unser Ziel ist da vorne. Was gibt's denn dann hier hinten? Okay, hier kommen wir nicht rein. Können wir hier irgendwie nehmen. Mit Unsichtbarkeit und Hälsicht kommen wir hier vermutlich nicht weiter. Aber können wir irgendjemanden auftreiben, der das Ding mal schocken kann oder so? Vielleicht geht er in die Tür auf. Mal schauen, was am Ziel dazu gesagt wird. Vielleicht wird das ja tatsächlich der Plan. Aber ich hab's gerade auf der Karte gesehen. Hier hinten liegt noch was. Her damit. Bahnhof Usukuni. Na dann, schauen wir uns da mal um. Sieht ja gar nicht verdächtig aus. Das ist auf jeden Fall kein Feind da vorne. Gibt's in dem Laden eigentlich was anderes? Nö, sieht nicht so aus. Der hat immer noch denselben Quatsch. Ja. Ja gut. In dem Fall bringt uns das wenig. Ich muss immer noch rausfinden, was es mit diesen ganzen Objekten auf sich hat. Ob die wirklich einfach so billig sind und nicht mehr Kohle bringen oder ob ich die im falschen Laden versuche zu verhökern. Das wäre noch interessant. So, jetzt machen wir aber mal wieder von oben hier. Ich glaube, wir haben inzwischen genug Speicherstände. Gut. Immer noch in der beunruhigenden Flaute. Wir sollten uns hier vielleicht noch mal ein kleines bisschen umsehen. Hier geht doch noch was, oder? Mittleres Gelee. Oh, cool. Das dürfte ein bisschen stärker sein. Und auch ein bisschen besser heilen. Ich frage mich nur, warum die Kamera in den Tunneln hier ab und zu doch mal ein bisschen Faxen macht. Das ist ab und zu ein bisschen seltsam. Na gut. Es ist halt nicht immer alles perfekt. Aber ich werde hier nichts vorverurteilen. Ein endgültiges Urteil werden wir uns natürlich erst wieder erlauben, wenn der Abspann läuft. Und bis dahin wird noch viel, viel Zeit vergehen, vermute ich. Denn ich rede ja auch vom wahrscheinlich zweiten Abspann nach dem Durchlauf mit Kasane dann am Ende. Oh! Wo wir gerade von ihr reden. Das ist wie immer. Wenn du von der Wüste sprichst, dann kommt das Kamel. Captain, die Interferenz von den Extinktionbundern. At this rate lose Kontakt. Das passiert gerade schon. Wotaru, get those Communicators back up. Is there anyone else? Point Alpha. Survivors. Was? Das ist jetzt eher ungünstig. Wir sollten einen Schritt zur Seite machen. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Oh! Dispers! They're coming from above! Oh! What? Captain Seto! Shigumi! Get out of there! Kommt, Leute, das kriegt man hin. Oh. Okay, okay. Hat das geklappt, oder? Ich hab jetzt nichts erkennen können. Shit. Oh, Alter. Ja, keine Ursache. Jederzeit. Oh. Okay. Du hast jetzt einfach mal den Trümmer zertrümmert. Mit bloßen Fäusten, wenn ich das jetzt richtig wahrgenommen habe. Ähm, kann ich mir die Handschuhe mal ausleihen? Ich will demnächst was renovieren. Yui Toa, bist du alive? Klar. Naji, woher bist du jetzt? Nähe zu der Rubble. Ich bin mit Naomi. Lass mich das GPS wiederholen. Was ist falsch? Nagi! Andere sind attackiert von all around uns. Nagi ist... Ah! Hä? Was denn jetzt? Naomi! Das ist schlecht. Es gibt zu viele andere. Wir müssen uns hurry. Ach du Scheiße, ne. Dann jetzt aber. Ja, zertrümmert du mal die Trümmer. Wir nehmen jetzt mal die Beine in die Hand und unterstützen die. Es gibt zu viele. Ich helfe dir auch gern. Ich helfe dir auch gern. Okay. Dann hat jeder von uns jetzt... Okay. Ich denke, Hanabi ist mit Captain Seto. Aber ich bin worried about what happened to Kogoro. Kogoro kann sich Kogoro in die Hand und Sound. Und mehr importantly, wir müssen uns auf die Hand in 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 die Hand. Komm schon, komm schon. Hier war doch gerade... ...noch so ein starkes Objekt. Komm. Jawoll. Und komm, komm, komm. Ah. Mist. Diesmal war es nicht so gut. Das hat vorhin so schön funktioniert. Aber ich war jetzt diesmal wahrscheinlich wieder zu langsam beim Stick rumleiern. Das ist immer so... Ah. Ja, ja. Ist ja gut. Na komm, die Kleinen hier werden wir doch wohl hinkriegen. Was soll denn das? Sag ich doch. Gut. Keine Ursache. Hast du sie verloren? Oh, da ist sie Gott sei Dank. What? Was? Was? Nein. 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 Das... Ach du Scheiße. Das war mir jetzt klar. Was ist... Das habe ich geahnt. Was zum Teufel passiert mit ihr? Ach du Scheiße. Ich hätte gerne eine Erklärung, warum und wieso. Sie ist von irgendeinem Projektil getroffen worden, was Eigen... Sie hat vorausgesehen, dass Kasane von einem Projektil getroffen wird. Hat sich in den Weg geworfen. Aber wieso hat sie sich jetzt verwandelt? Ich hätte gerne eine Erklärung. Sollen wir jetzt... ...wirklich dagegen kämpfen? Ich werde auch... ...würden wir damit jetzt nicht... ...würden wir damit die Kleine jetzt nicht vernichten? Ich meine, wir haben... ...offensichtlich keine Wahl. Ja. 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 Okay, das ist auf jeden Fall Eindeutig ein Boss-Gegner, aber Alter, können wir den irgendwie vernichten, ohne dass die Kleine dabei drauf geht? Ja, ja, ist ja gut, ich heil mich ja schon Okay Ja, ich bin ja dabei Und, hä? Das war doch jetzt noch nicht so weit Geht jetzt in die zweite Phase Oh, Alter Oh, können wir das mal lassen? Ich will das nicht Damn, the fuck? Hä? Wie? Wieder volle Power bei Naomi Oh, fuck, was ist denn jetzt los? Verdammte Scheiße Oh, wow Ja, fuck Okay Oh Alter, hat er's reingehauen Ich hab zwei mittlere Geläse und ich seh nix Kann ich, ah, ich wollt grad, ich wollt grad versuchen über Hellsicht hier was, was zu reißen Oh Zu vergessen Habe ich hier irgendwo Items, die ich nutzen kann? Das war doch bei den letzten Bosskämpfen auch so Da war doch immer irgendwas, was ich mit benutzen konnte Ja, Tsukumi ist down, ich weiß Kommt, hier, wir nehmen mal alle was Oh, fuck Wie soll ich denn jetzt? Was soll ich denn da dagegen machen? Ja, weg hier, weg hier, weg hier Also, Hellsicht bringt mir wenig Ah, jetzt geht die Scheiße wieder los Bringt mir jetzt Hellsicht was Oh ja, oh ja Okay Komm, weg hier, weg hier, weg hier Oder? Okay Ich tu mich mit Ausweichen noch übelst schwer Ja, das ist verdammt schlecht Ja, weg, 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 weg Das klappt doch nicht Was soll ich denn hier machen? Ich habe keine richtige Ahnung, wie ich das anstellen soll Was ist denn das hier eigentlich? Was geht zu einem am Boden liegenden Verbündeten? Ah, na, es sind beide wieder da, okay Ah, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe kaum noch Health Könnt ihr mich Ne, ihr könnt mich nicht heilen Ah, wie gehe ich denn gegen den vor? Hm Das wird man in der nächsten Folge nochmal probieren müssen Und ich muss mir irgendwie eine Strategie überlegen Wie wir das auf die Reihe kriegen Okay Ja, das geht jetzt direkt los Na, dann überspringen wir das Und gehen nochmal in den Kampf Und probieren es nochmal Aber irgendwie Komm, 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 komm Jawoll Okay, 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 okay Das hat ordentlich Schaden gemacht Diesmal hat es wieder funktioniert Jetzt sind wir direkt in der zweiten Phase Ich fürchte zwar, ich hätte mir das eher aufheben sollen oder so, aber Ich wüsste trotzdem immer noch sehr gerne Was nun jetzt eigentlich mit ihr passiert ist Mensch, Naomi Was ist denn eigentlich dieses andere Symbol, was Ach Ich bin doch ein Idiot Ne, es ist alles gut Das rote Symbol ist mein, äh, ist mein Gegner Und die weißen Symbole sind meine Verbündeten Ja, selbstverständlich Was denn auch sonst Okay Gut, wir haben unsere Gelees wieder Ist schon mal gut Und komm Das kann ordentlich Schaden machen Jetzt müssen wir hier nur ordentlich hier, äh, am Stick rütteln Und, äh, oh Jawoll Okay, 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 okay So klappt das Ich muss nur die rechte Hand nehmen Auf dem linken Stick Dann geht das besser Aber das, das, das krieg ich hin Das krieg ich hin Ah, bei sowas stelle ich mich aber auch immer an Naja, was soll's Scheiß drauf Wir kriegen das auf der Reihe Ah, nee, 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 Freundchen So einfach mach ich's dir dann doch nicht Okay Okay Wir kriegen das irgendwie hin Ich brauch nur noch mal so'n So'n Träger hier Den ich noch mal Verwenden kann Das wäre nicht schlecht Ah, erst mal weg jetzt hier Ah Komm hier Uh, nee, 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 nee So einfach mach ich's dir dann jetzt doch nicht Komm schon Okay Ganz ruhig Einmal alle heilen hier Oh ja, ja, los, 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 drauf hier Ja, genau Und drauf, 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 drauf Und nochmal Und jawohl Und jetzt weg hier Oh, sehr gut Okay Ah Komm schon Ah Ja, das ist ordentlich schlecht Aber das kriegt man trotzdem hin Ah Mist Wieder gegen Irgend so'n scheiß Schutt gelatscht hier Ach, shit Ja, ich kann's jetzt auch nicht ändern Komm weg hier, genau Und jetzt nochmal drauf hier Das schaffen wir Oh, das kriegen wir auf der Reihe Komm Ja, ja, ja Weg, 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 weg Sieh zu, dass du Land gewinnst Das gibt's doch nicht Wo hing ich denn jetzt fest? Ich hab mich nicht mal sehen können Was? Oh Oh, er hat mich zurückgeholt Sehr geil, sehr geil So darf ich mich jetzt auch mal wieder sehen Ja, dankeschön Meine Fresse Ah Hier, einmal Mittleren Trank Gut Wir können weitermachen Geh doch Spring doch drüber Danke Ich nehm viel zu viel Schaden Hier bei der Scheiße Vergiss es Ich kann dich trotzdem sehen Komm, jetzt haben wir's doch gleich Jetzt haben wir's jeden Moment Ach, shit Und Finish Ah, okay Okay Ja, ist klar, dass sie einschreitet Kann ich verstehen Kann ich vollkommen verstehen Es ist ihre Schwester da drin Das, äh Okay Okay Was zum Teufel ist das jetzt? Die Transferkraft Du brauchst strong Abilitäten Um etwas von diesem Größen zu移ern Wtf Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Was ist das? Oh The fuck? Diese Kapseln sehen mir ein bisschen zu sehr nach Projektilen aus Das ist doch garantiert der Scheiß, der Naomi getroffen hat Und wir werden rausfinden, was das ist Koste es, was es wolle Ich will das wissen Ja, bitte beruhige dich Aber wir werden es rausfinden, Nagi Also Fahr dich runter Wir werden doch irgendwo ein Labor haben Was unter unserer Kontrolle ist Und, äh Wo wir das Zeug mal analysieren lassen können, oder? Ich weiß nicht, was passiert ist Aber wir müssen etwas tun Ja, richtig Sorry I know now is not the time to panic But what do we do? The person with the most experience here is No This is beyond what I can handle Look at what happened when Kyoka put me in charge of the platoon Okay, then let's do this I'll go after Kasane Nagi Go report to the front line command and tell them what happened Na, geh Ja, denk ich auch nicht Sugumi, you go with Nagi It seems like we can't get a hold of command because of the signal interference Okay Be careful You too Gemma If you were put in charge of Kyoka platoon That means Kasane is your subordinate, right? I need you to come with me as her acting commander You're right Copy that Gut Wenigstens er ist auf unserer Seite und, und, äh Hilft uns hier an der Stelle Und Stufenaufstieg Sehr, sehr schön Da werden wir in der nächsten Episode dann mal gucken, was wir damit anfangen können Und wir werden auch wieder shoppen gehen müssen Vermute ich zumindest Und Ich sehe da unten schon Einen potenziellen Speicherort Alter Das ist aber ein Kampf What? Ach, guck I'm glad you're both okay I ran into Nagi and Sugumi And I came after you as soon as I heard Heard what? About Naomi I'll tell you what I told them You're not to repeat what happened to anyone Was? 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 Ich meine nur das Ich meine nur das Was? 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 Ich weiß nicht, ob ich Das jetzt einfach so akzeptieren soll Also Ich würde jetzt sagen Nein Oh Ja Nicht gibt's Na hoffentlich haben wir wenigstens eine davon eingesteckt Das soll ich glauben, dass das alles ist Nach dem, was da gerade passiert ist Das kannst du mir da nicht weismachen, Alter Für meinen Geschmack ein paar zu viele Und wer sagt uns Dass du nicht deine klebrigen Spinnweben Hier spinnst Und wir werden jetzt hinter Kasani hergehen Would it be okay if I continued looking for her? I'm worried Fine If you see her Make sure to tell her not to share what happened to anyone either Don't do anything reckless I'll send some reinforcements soon And since there's a chance we'll have to withdraw from the front lines You should fall back to your hideout if you meet up with them It'll be a lot safer to head back to Suo from there He said we should be quiet about what happened today to protect ourselves Major General Fubuki was so calm And how can he be when Naomi turned into another? Yeah Something's not right Richtig Das stört mich auch extrem Die Sache stinkt zum Himmel Und ich glaube Ich glaube fast er dürfte hier Sein Maul Was klebrige Spinnweben angeht Gar nicht so aufreißen Wie das weiter geht hier Erfahren wir dann in der nächsten Folge Und da erfahren wir auch Ob wir Kasani finden Und ob wir sie irgendwie ein bisschen beruhigen können Und vielleicht mit ihr gemeinsam Uns einen Plan überlegen können Wie wir jetzt mit der Situation umgehen Ich bin auf jeden Fall gespannt wie das hier weiter geht Ähm Das war definitiv eine heftige Nummer Die ich so jetzt nicht erwartet habe Und Ja bis dahin Wünsche ich euch eine gute Zeit Bleibt gesund Lasst euch nicht von irgendwelchen Ampullen treffen Und Bis dahin wenn ich das erstmal raus sehe Haut rein